Grüß euch zum ersten Lernvideo auf der Autobahn. Wir beginnen. Normalerweise spiel er das Paridon. Da, 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 da. Aber haben wir keins, spülen wir selber. Wir beginnen in Drücken mit dem Griff. Den haben wir normal immer beim Ziehen. Aber jetzt fangen wir mit dem an in Drücken. Ein Sechzehntl zum Spielen. Und dann ganz normalen Abschluss. Oktafe. Gut, einmal machen wir noch. Der Griff, gell? Kunststellung. Ziehen. Das ist in der Kunststellung. Oktafe. Wir beginnen mit dem ersten Teil. Alles dreistimmig. Jetzt gehen wir da um. Ich geh auf die erste Reihe. Und jetzt machen wir einen kleinen Kreuzgriff. Das ist ja genau. Und dann geht's schon wieder von vorne los. Ziehen. Einmal spiel's noch. Ohne zu reden. Und in der Grundstellung hören wir auf. So. Das war die Einleitung. Und der erste Teil von der Schienenbalka. Auf der Autobahn. Und ich freu mich, wenn wir uns beim zweiten Lernvideo wiedersehen. Und dann gehen wir auf die Tage, die anbretende Alkosukküden. In der zweiten Teil, die Grenzen eröffnet er. Und dann geht's auch mit einem derитсяen Không envertet. Und dann machen wir damit die